Tja, war richtig vorzüglich. So, mit Brocken, Andi. So, da sind wir wieder. Sowohl. Oh, ich hab grad Druck auf die Ohren. Schlucken. Mit Brocken. Mit Brocken, ja. Ich hab Andi gerade den Benjamin Blümchen vorgespielt hier. Mit Brocken. Ein Stückchen raus. Brocken raus. Ich glaub, da kommen nicht nur Brocken raus, ich sag's dir. Na, hier passt es wieder nicht. Ich müsste die Reihe nochmal neu machen. Aber das ist jetzt erstmal egal, Leute. Hier soll ja auch irgendwo noch dieses tolle Ding hin. Nur dieses tolle Ding muss ich jetzt erstmal anfangen zu bauen. Das würde bedeuten, es wird auf jeden Fall genauso breit wie das Haus. Es muss so wuchtig, glaube ich, werden wieder. Weil sonst würde es, glaube ich, nicht zu dem Lagerhaus passen, Andi, ne? Oder meinst du nicht? Wenn ich da jetzt so ein kleines Ding hinsetze, sieht es doch voll scheiße aus. Das auf jeden Fall, ja. Glas brauche ich unbedingt. Muss schon ein bisschen angepasst werden. Glas muss ich mir gleich machen. Ohne Ende. Ohne Ende. Bleibt der Schnee einfach eigentlich später auf dem Glas liegen? Ne, ne? Oh. Wird ja auch geil aussehen, ne? So. Grundriss haben wir. Leute, wie es aussieht. Ich habe absolut noch keinen Plan, ey. Ich hoffe, dass ich das irgendwie so hinbekomme. Ich glaube, ich nehme Scheiben oder nehme ich Glas. Ich weiß es nicht. Ich nehme mir mal die Scheiben mit. Ich glaube, dass Scheiben am besten aussehen. Hier ist unsere Baukiste. Da werfen wir jetzt mal den ganzen anderen Gedöns hier rein. So. Ich hole noch ein M.E. Export. Ein M.E. Export. Export, ey Gott. Ich glaube, die Russen sind mit dem Export gekommen. Oder mit dem Regional Express, du. Nee, Chef. Ich will Import. Ich glaube, die sind importiert worden, wollte ich mir auch gerade zeigen. Ja, du musst es ja rein importieren oder raus exportieren. Ja. Aus einem Gegenstand. Ich meine, ich habe ja Export, Import. Ich habe keine Pisten. So. Eine Höhe reicht auf gar keinen Fall. Wir können uns Pisten bauen. Oh, wir können uns Pisten bauen. Upsa. Warum geht das nicht? Hallo? Hä? Was sollte das denn jetzt? Wie ist das grüne Zeug noch mal? Dieses Schleimball-Zeug da? Schleimball. Keine Ahnung, Anni. Schleimball, ja. Oh, du fucking Creeper. Andi, schlafen. Jetzt. Oh, Hutsch. Wir sind viel zu lange immer draußen. Hier bricht voll die Katastrophe aus draußen. Oh, ich liege. Erstmal ein Schluck Punica. Ja, ich speck noch mehr. Was gibt es da noch zu erzählen, Leute? Ey, ich bin echt leise. Ich freue mich wahnsinnig auf Minecraft heute. Ja. Und irgendwie kriegen wir ja nicht die Kauleiste heute auseinander, Freundchen. Hau dir mal was in dieses Fressbrett. Ich musste mir ja auch die ganze Zeit konzentrieren, weil du musst jetzt noch nicht mehr kurz folgen. Kann ich nicht. Nein, wirklich nicht. Wichtiger als alles andere. Nein, kann ich echt nicht, weil ich muss hier ganz schnell hin und hier ganz schnell Jackpack aufladen. Und ist voll und ich muss weg. Nein. Ich wollte dich verarschen. So, erzähl. Wo bist du? Oben? Ja, jetzt ist schon gut. Er ist oben. Hier oben, nein. Vor der Tür noch. Wie sieht das denn hier aus? Jetzt hast du hier normale Öfen hingemacht. Was? Wo? Elektronische Öfen, ja. Ja. Na, vorher auch schon. Echt? Ja. Arich hat hier das andere Texturenpack drauf. Weil da waren sie ja weiß. Guck mal. Was denn? Wow. Was hast du denn wieder für eine Scheiße reingehauen? Alter, hör auf Speed zu fressen, Mann. Juhu. Willst du auch sowas haben? Du bist doch voll bekloppt, oder? Du bist doch voll auf Dope. Alter, du sollst hier System bauen, ja? Und dir nicht ständig was... Bin ich ja dabei, Herrgott. Und dir nicht immer was fixen, Alter. So, so, so und so. Geht ja gar nicht, ey. Der haut sich hier die Drogen in den Kopf, Leute, ja? Und guckt euch das hier an. Nur die Hälfte hier gebaut, ja? Weil er hier voll auf Drogen ist. Dann geh mal hier auf den mittleren Tisch und pack da deine jetzigen Schuhe rein. Oh, mit... Hab keine. Doch, irgendwo. Vielleicht hast du Schuhe an. Ja, die sind fast leer. Ja, das ist nicht schlimm, dann sind sie voll. Und weiß. Juhu. Da gibt's jetzt auch wieder eine Taste, die du drücken musst, damit du schnell läufst. Beziehungsweise... Du hast, glaube ich, für Springen gedacht. So, und dann kommt in dem selben Fach. Und was kann ich jetzt machen mit den Schuhen? Alles selber rein. Dann die Hose hinten. Was kann ich jetzt mit dem machen? Ja, hier, pass auf. Ich hab Jetpack aus. Ja. Und... Wenn ich jetzt springe, siehst du? Ich hab ohne Jetpack. Steuerung gedrückt, also du musst die Boost-Taste drücken, die es gibt. Brauch ich nicht, drück zweimal W. Nein, nein, die Boost-Taste. Das ist eine Taste, die du unter Optionen und auf Controls einstellen musst. Optionen. Wo? Steuerung, ne? Wahrscheinlich. Äh... Ja, Boost-Key heißt das Ding. Relativ in der Mitte. Boost-Key, ja. Das musst du bedingst pumpsen. Wo mach ich denn das hin? Ich hab's auf Steuerung gemacht. Wenn ich jetzt lauf und Steuerung drücke, dann... Ja, aber Steuerung war doch Zoom. Brauch kein Zoom. Geht nicht. Kann ich nicht Steuerung nehmen. L-Control schreibt er dann. L-Control. Weil Zoom auch das Ding ist. Ja, dann... Dann zoomen andere Taste. Na gut. Alles hab ich jetzt hier verstellt. Klasse. Du hast ihn nur zum Springen gedacht, ne? Nicht zum schnell Laufen. Ja, aber ich kann den Boost nicht benutzen. Ah! Ja, genau. So funktioniert. Und jetzt hier... Einmal die Hose, deine Hose rein. Ah! 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 Ach so. Wir machen gar kein Porno heute. Ich hab gar... Wir drehen heute ein Porno. Richtig gern Porno. Jetzt deine Hose rein. Oh, meine Hose. Der will immer, dass ich mich nackig mach. Ich sag das meiner Mama. Passiert nichts. Na, dann so. Passiert trotzdem nichts. Haha. Haha. Geh googeln. Hahaha. Geh googeln. Quantum einfach angeben. Quantum, Quantum, Quantum. Singling, Quantum. Glühsteinstaub. Glühsteinstaub in the morning. Boop, 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 boop. Oh, da ist er. Meine Hose ist weg. Gib mir meine Hose. Da hast du deine Hose. Was kann die jetzt? Normalerweise boost haste. Lauf dabei. Alter, ich bin voll auf... Alter, ich bin voll auf Dope. Jetzt mach das mal draußen. Alter. Schau das mal, dass ich das nicht mit einem Jackpack verbinden kann. Nicht? Jackpack anziehen. Ja, weißt du, wie schnell du jetzt fliegst? Ja, du bist auch noch mal langsamer. Echt? Das ist schon geil. Das ist lustig. So, und ich werde jetzt eben Lava holen gehen. Ich finde es lustig. Wir haben eine Million Energie. Du kannst jetzt aber nur noch in der MFS oder MFSU aufladen. Ja, macht ja nichts. Das ist nicht das Problem. Musst du halt das Ding da unten ändern. Ja. Nein! Bist gestorben? Bäh. Weil ich statt Sneaken habe ich Boost gedrückt und bin nach vorne gelaufen. Ja, gut. Häm ich jetzt entweder doch oder was? Warum? Ich habe bis auf zwei Heads und verloren. Okay. In meinen Eimer. Boah, leck mich am Arsch. Der Creeper ist weg, der hier drin war, Leute. Aber Creepers verbrennen doch gar nicht. Hm. Kein Glas mehr. Kein Glas mehr. Jetzt brüche ich wieder den Mod, dass es zu einer Scheibe wird. Hm. Schade. Ich glaube, das ging nur bei Hannibal, ne? Hast du schon so ein Rezept gemacht für Scheibe? Ne, ne? Glasscheiben. Glasscheiben, Mann. Ja, schnell selbst. Ja, hätte ja sein können, dass du da so ein Rezept reingeklatscht hast. Ui. Äh, Sand brauchen wir. Wie ging denn das jetzt nochmal? Du klickst unten auf Glas herstellen? Ach, ich kann ja trotzdem noch mein Menü machen. Äh, meinen Baudingen da benutzen. Ne, Glas brauche ich nicht. Ich brauche Scheiben. Glas scheiben. Du musst ja Glas herstellen und das zu Scheiben machen. Ja, ja, erst Glas herstellen. Okay. Dö. Bin ich jetzt blöd? Hä? Wieso kann ich das hier mit dem Ding nicht machen? Dö. Glas. Das ist alles Bullshit, so. Glaubst du nicht? Ich muss rauchen, ich brauche nur ein Glas. Warum machst du da Glas rein? Ich will kein Glas da rein haben. Warum willst du da Sand drin haben? Weil er Glas machen soll. Dann musst du da noch keinen Sand rein machen. Warum nicht? Glas muss doch gebrannt werden. Der Sand muss gebrannt werden zu Glas machen. Ja, dann klickst du unten auf Terminal und dann sagst du 100 Glas machen, bitte. Hier unten auf Terminal. Erklär mir doch hier die Scheiße mal. Ja, wie doch. Terminal. Unten dann links auf Craftable. Da hast du dann Glas. Da klickst du drauf. Kannst du einstellen, wie viel Glas du gemacht haben willst. Ach, da hat er doch schon Glas. Ja, hast du ja doch schon eine Zeit. 64, mach mal hier 256, beginn, mach Gas. Fängt er jetzt an? Ja, schon 27, 37. Jetzt hier links kannst du ja gucken, wie viele noch über sind. Regress 12, 11, 13. Okay. Wo kann ich sehen? Die Zahl zeigt dann das nicht an, aber. Ja, weil jetzt zu viel ist. Oh, jetzt habe ich da oben was rausgenommen. Und da, und da. Andi, deine Monitore sind kaputt. Mal was reintun. Die sind ausgegangen. Mal was reintun. Wenn du den Rechtsklick drauf machst, dann sind sie aus. Ja. Gibt es da einen Camelstone und. Alter, die haben sogar einen Schneeball da drin. Ja, tatsächlich. Oh, mal gucken, wie viele Knochen wir da drin haben. Sechs Knochen. Oh, na guck. Ja, voll gut. So, Glas macht er. So, jetzt muss ich hier in dieses, in dieses Ding hier gehen. Das hier, das schalte ich dann um. Da oben schreibe ich dann Glas rein. Und kann die 100 Glas schon mal hier so. Ja, wir warten einfach, bis er das erstmal gecraftet hat. Eigentlich hätte ich noch mehr machen können. Ist schon wieder dunkel. Lass uns schon mal wieder schlafen gehen, Andi. Ja. Junge, 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 ey. Absolut cool. Läuft die Maschinen gar nicht mehr hier für den Berg abbauen? Ja, das, doch. Doch, läuft doch, doch, doch. Ja, fast weg, ne? Ja. Was machen wir mit dem oberen Schnitt? Das baue ich so später irgendwann ab. Ich warte jetzt, bis der fertig ist und dann werde ich die eben umsetzen. Ja. Ja, können wir dann ja machen. Ist ja dann schnuppe, ne? Wie? Ja. Das mit dem schnell laufen ist einfach geil. Ich vergesse das aber, wie das gerade bei dir aussieht. Das ist cool, ja. Das ist richtig angenehm. Du wirst, dass du so grauen hast. Hä? Alter, wie geil. Alter, wie geil, ey. Ich will kein Jackpack mehr. Ja, und der kommt aber sofort wieder auf und rennt schnell, ne? Ja. Du kannst die ganze Zeit gedrückt halten. Habe ich das denn immer noch in meinem Inventar? Alter, wie schnell du dich jetzt bewegst. Du kannst jetzt das Jackpack nehmen und immer leicht drücken, als wenn du springen willst, weil dann bewegst du dich schneller. Ja. Wenn du dabei springst, dann springst du auch höher. Oder weiter. Weiter, in dem Augenblick. Ich finde es cool. Die dritte Corby braucht auf jeden Fall noch ein bisschen. Wie weit ist denn unsere zweite Corby? Oh, die braucht auch noch ewig, Andi. Oh. 23 ist sie jetzt. Ich bin echt schon überlegen, ob wir nicht eine dritte Corby anschmeißen und das erste Loch wirklich leer buddeln. Bis unten hin. Weil, das wäre nur die Corby da hinstellen. Und gut ist, ein Rohrsystem oder so brauchst du ja nicht bauen. Brauchst ja nur anschließen. Weißt du, was ich meine? Weil, erstens, da unten liegen die ganzen Diamanten. Wir haben uns bis unten hin gebuddelt und die Diamanten haben wir alle liegen gelassen, ne? Wenn das so nirgst. Ja, wir haben ja dann die nächste umgebaut. Ja. Weil, es ist Höhe 6. Eigentlich genau Diamantenhöhe, ne? Ungefähr, ja. Aber, wie gesagt, ich hätte jetzt gesagt, lass eben warten, bis die andere auf Höhe 0 ist. Ja, das wird aber noch dauern. Höhe 24. Läuft ja alles nebenbei. Muss man sich an die Druck kümmern. Ja, gut, stimmt schon. Aber Andi macht unser Dach fertig. Genau. Ja, und hier machen wir uns irgendwie so eine Kante ran. Da muss ich nur gucken. Ich mag das Haus. Oha, und das Lagerhaus. Soll ich nur noch gucken, wie hoch ich das hier mache. Und dann sollte das auch in Ordnung sein. So, Leute, ich werde jetzt erst mal rauchen gehen. Nein, ich rauche nicht mehr am PC und ich rauche sehr, sehr wenig. Ich weiß, ihr mögt das nicht alle. Ich mag es selber auch nicht, dass ich rauche. Aber das Aufhören ist halt so ein Problem. Richtig, Andi? Richtig. Richtig. Äh, ungesund. Und fang bloß nicht an mit dem Dreck. Echt. Ich mache jetzt nur noch Scheiße. Wisst ihr das? Ich könnte hier den ganzen Tag mit diesem Ding rumrennen. Ja. Was lässt nach, wenn du erst mal eine Million Energie wieder nachfüllen musst? Echt? Ich muss... Alter. Ich gehe langsam. Ja, wir sagen auf jeden Fall, vielen Dank fürs Einschalten bei MyCraft. Take it light. Nächste Aufgabe ist es auf jeden Fall, weiterhin da hinten dieses geheimnisvolle Gebäude zu bauen, was ich, glaube ich, zu klein gebaut habe. Wenn ich das jetzt von oben betrachte, ist die Fläche zu klein. Ja, sieht aus wie ein Gehege von einer Katze oder so. Ich glaube, das ist echt zu klein. Lief zu klein, ja? Das hätte ich hier hinten raus viel breiter machen müssen. Was ich ja schon vorhin gesagt habe, ne? 31 nach links und 31 nach rechts. Pro Feld. Ich erinnere mich noch nicht mal 31 nach links, 31 nach links. Ja, pro Feld. Was du machen kannst. Du könntest 31 nach links, 31 nach rechts nur für Getreide. Dasselbe kannst du für Kartoffeln etc. machen. Genau. Deswegen, das hier ist ja noch nicht mal 31 mal 31. Ja, aber so groß müssen die Felder ja nicht sein. Das war ja vorher nur eine Frage, aber ich glaube, ich muss hier hinten nochmal umbauen, Leute. Dieses hier hinten, das reißen wir jetzt gerade nochmal ab. Das geht mit der Spitzhack am schnellsten. Ich weiß, ich haue gerade das ganze Glas durch, aber Sand und so ein Scheiß sollte bei uns nicht unbedingt das große Problem sein. So, ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal bei Minecraft. Ja, wie gesagt, wir probieren das hier einigermaßen zu balanceen, dass, ja, jetzt kann ich auch sagen, dass das hier das Gewächshaus in dem Sinne ungefähr zu dem Lagerhaus passt. Warum hier hinten ein Gewächshaus, kann ich auch ganz kurz erklären, weil hier hinten ja das ganze Lagersystem ist und das passt dazu. Hier hinten kommen auch noch Kuhweiden und all so ein Schnickschnackchen. Erstmal eigentlich das, was man als erstes baut, bauen wir jetzt auch als erstes in Folge 100 oder so. So, jetzt auf jeden Fall bis morgen, ja, 14 Uhr, schaltet wieder ein, wenn es heißt Minecraft Tech It Light. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Däumchen da, schaut mal bei Twitter und Facebook vorbei und, ja, noch mehr Schleichwerbung konnte ich jetzt nicht machen. Bis Ende, tschüss. Tschüss.